Also weil ich weiß, kann ich mir mehr VIPs vergeben. Halt's Maul, Aris. Muss man jeden Juden hier? Ja, schau. Gibt Marmor, Aris. Digger, Dirtman ist einfach ein deutscher Kanackel. Das ist natürlich wie Mike. Wie Mike Hoppe. Auch ein deutscher Kanackel. Gib mir mal VIP. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal ein Video überlegen, wenn wir VIP geben, gell? Ja, bei VIP, da muss man schon was Besonderes sein. Unter 50.000 Euro geht es nicht, schade. VIP ist auch so ein Ding, das möchte ich gar nicht so sagen. Ja, jeden Monat kommt ein neuer oder so dazu sagen. Irgendwann merken wir schon, welcher richtig cool ist. Ah ja, gehen wir mal, der mal am Start ist. Ihr habt dann automatisch einen 10cm größeren Penis, wenn ihr VIP bei uns seid. Genau. Und wenn ihr ne Frau seid, dann wächst euch einer. Kähn. Fah, das hat's Maul, Digger. Schön, genau das will ich sehen. Mit Kähn? Jaja. Ja, Eithox, aber wenn wir dir diesmal Timeouts geben, dann tut es uns auch wirklich weh, so. Wir denken dann wie so unser Sohn, den wir eigentlich nicht bestrafen wollen. Genau. Aber wir machen es dann. Weil wir dich lieben, machen wir das in dem Fall. Das ist ein Unterschied. Wenn ich Kuchen-Timeoute, dann nur, weil ich ihn hasse. Was fällt dem ein da, vor uns rumzuspringen? Der denkt ja, der kann einfach rumlaufen. Piss, Fresse. Ich werde per se die Hone picken und dann nehmen wir die voller auseinander, vertraut mir. Die war nachher noch wahrscheinlich Support, Digga. Ja, safe. Hey Wolf, es geht. Ich streiche dann so meine Katze, während ich so im Dunkeln, neben meinem Gläschen Whisky, so weine. Wie ich sehe, wie wir Eithox einfach Timeouten. Aber ich weiß, wir machen das zu seinem Gunsten. Nein! Würf. Hm. Attack! Cancel that! Okay! Holding back! No problem! Okay. Retreat. Retreat. Der will nicht kämpfen, oder? Ja, der Kampf ist ein bisschen schade gelaufen. Okay, okay. Du willst auf jeden Fall sowieso schon aus meinem Testament gestrichen gucken. Das kann gar nicht sein, Alex. Telekom gönnt nicht. Telekom fliegt gleich. Das ist echt so. Was geht denn hier? Susano ist hier. Ja, aber aus Mitleidkuchen. Weil dich sonst keiner genommen hat. Mach das Teil kaputt! Schade. Schade, Digga. Schade. Dafür nehme ich den Red Buff, okay? Ja, bitte. Kuchen wird richtig rumgehen, Digga. Oh, shit. Okay, Red Buff ist schon gemacht. Ehrenlos. Nimm noch eine Wave. Wir sind hier. Ja. Hä, Umut, wir kriegt man nur, wenn man uns Geld schickt. Weißt du doch, Digga. Umut, ich glaube, wir sollten kein 1 gegen 1 machen. Ich habe zu viel Glück. Nachher hat er wieder Glück und macht ein Triple Bounce, weißt du? Ja. Geht aus, oder? Ja, Purple ist hier. Die wollen ihn verteidigen. Okay. Ja, nehmen wir Purple. Okay. Ich habe ihn durch, Digga. Ich habe ihn durch, Digga. Guck mal, jetzt spring... Ah, die ist gesprungen. Scheiße kaputt hier, Alter. Schon wieder Ulti, ne? Oh, fuck my ass, Digga. Nein. Oh, Mensch. Ich mach Autotex. Weißt du, wieso machen wir Pausen? Scheiße. Sam, komm, schade. Ja. Uff. Scheiße, Digga. Was hat denn der Aris noch da rechts gehört? Der will, der will, dass wir pausieren. Ach so. Okay. Warte, ich mach... Ich pausier mitten im Kopf. Ich pausier kurz, okay? Okay. Chrissy, die kommt nicht mehr. Die denkt nämlich, die ist getimeoutet. Echt? Die hat gemeint, sie will eine Woche timeout. Ja, aber die ist doch nicht mehr getimeoutet, oder? Ich habe sie auch nicht getimeoutet. Ach so. Hä? Keine Ahnung, Digga. Ich habe zu ihr gesagt, komm zum Streamen, wenn du willst. Und wenn nicht, dann halt nicht, Digga. Ich timeoutet dich nicht jedes Mal. Seitdem kam nichts mehr. Ach so. Pausiert zweit eigentlich auch den Stream, äh, den Scheiß-Game. Oh Mut, das wird nie pausieren, Bruder. Egal welchen Gott du willst, den ich spiele, wenn wir den gleichen spielen. Ich nehme dich auseinander, Bruder. Es ist halt einfach Fakt. Die hat eh wieder Ulti, diese dumme Hexe, Alter. Das ist halt echt so. Wo ist die? Ich weiß, dass Susano hier ist. Oh, guck mal wer da ist. Hält sie von den Ulti daun und daneben. So, Speeds. One. Ulti. Okay. Äh. Äh. Aus, ja, nur mal. Oh, das ist ja ein Mann. Oh, ja. Oh, ja. Schade. Ja, Susano hat kleine Beats und kleine Rookie. Ja, Susano hat kleine Beats und kleine Rookie. Oh, Susano kommt noch. Nie. Okay. Doch, doch, der kommt. Okay. Ja, der kommt. Klasse Ulti. Half of them. Ich hab Jump. Zwei Ulti. Alles. Ja, ne, ne. Ich mach mein Jungle Farm. Okay. Ja, ich spiel mal Kyro und nehm ich dich auch mit aus, Alter. Macht ja keinen Unterschied, Alter. Und modriert das halt immer so als hätte er ne Chance weich, wenn er wenigstens magie wenn du auf den zusammen oder auch die ich hab ja jetzt jumpleiter, sonst fällt er auf ja ja, ich bin immer noch da hat der ulti da alles? oh ah fang bei life digger der hund ist hier digger ja digger, mach irgendwas mal mit dem mein gott sie ist nur wieder die leute treiben die ganze zeit geht doch geht doch digger mach mal dieses feed bei gold digger dass das mal down ist mhm ich dachte alles vom schüler vor ähh ghetto luigi nein, den namen hätten wir gemerkt ah ja die weiß dass ich halt hier bin ja sie geht zum red hat sie beats? ultima ist der da umser ultima ist der da umser ok ein enemy hat das ist dein da ok sie ist tot hm ich push mit denen, dann machen wir das Viech das ist schon traurig das ist schon traurig wenn du schon von bots besiegt wirst du die dabei sind die so schlecht programmiert hier das ist halt echt so es geht hier so ok komm lass sie gierig ja wenn du dich dann mach dir bist der der hat die scheiße ich will die raus du mach du du mach du geh du du Der hat schon seine Bombe auf die Goldfühle geschossen, trotzdem hat die mich angegriffen. Okay, Bruder, warte, ich tanke alles, du Pisser. Ich muss sagen, langsam nervt mich dieses Ding-System hier, Start-Item-System. Ich verkaufe das übrigens am Schluss jetzt. Ja, also ich habe auch überlegt, es zu verkaufen ab jetzt. Weil es schränkt dich so in deinen Builds ein, ne, also wirklich. Also halt Anfang, Item okay, aber ich verkaufe es später irgendwie. Nervt mich schon auch ein bisschen. Ich, ja, ich finde das System auch nicht geil, Digga. Einfach, ne, diese ganzen Start-Item rausbringen sollen, ohne Upgrades. Ohne Upgrades, ja. Würde ich jetzt sagen, wäre viel nicer gewesen. Und dann können sie meinetwegen zwei neue Items holen oder dazu tun oder so, also das juckt mich nicht. Ja. Ich finde es auch komisch, wie die das gemacht haben. Und dann können sie einfach sparen. Ich habe alle Ultis dauernd, ne? Ich habe meine Damen, ne? Ich bin dann auch negativ vorbei. Der soll aber rechts pushen, Alter. Ich verstehe es nicht. Meppern ist nicht. Oh, der Schügelang ist tot. Ich weiß auch nicht, was der Herr macht. Lass mal den Fire-Giant-Dinger machen. Wenn du gepusht hast. Das funktioniert so. Das ist heftig bei Amura. Ich nehme mal den Tower. Mhm. Das f***ing Tower ist auch noch schuld. Das ist so. Da sind die UTIs dran. Diktaturen? Digger, wir haben ne Demokratie bei uns. Da ist doch jeder. Wir sind in der Duokratie hier. Passt schon. Dick, ich weiß nicht, was der alles macht da so. Der darf den fucking Phoenix in den Schaperlack. Äh, Susanna kommt auf. Ja. Lauf in meine Richtung, wir können die snacken. Der hat keine... Okay, er hat seine Ulti wieder. Kommst du mit? Ja, ich bin da, ich bin da. Okay, jetzt kommen alle. Ja. Ja. Ah, ich hab gebiets. Ich dachte... Attack! 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 Die sind so low. Ja, push einfach. Ja, ja. Wir halten die hier, wir halten die hier. Okay, okay. Sind alle drei bei euch? Ja. Okay. Was? Wieso wollt ihr mich teilhauen? Okay, ne, ne, ne. Okay, ne, ne. Weißt du, wie oft dieser Buff tickt, also auf der Duelane, bis er aufhört zu healen und dich wieder angreift? Ich glaube so sechs Mal oder so, aber wäre jetzt geraten. Musst ich mal nachschauen. Und du hast Dings, Alter, nice. Und ich hab 4k Gold, die gleichen. Haha. Und ich hab 4k Gold, die gleichen. Attack! 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 Feiergiant! Ja! Ich bin auf dem Weg. Ein Digga, der ist uns an und dachte, der macht mal einen Gegend und Scharingan und dann nehme ich ihn auseinander und dann ist er gestorben. Ich nehme deinen Speed. Ja, ja. Wtf? Okay. Mach mal. Ja. Komm. Treffen. Ich muss den glauben. Ist der Fall ja nicht schwächer geworden? Hm, ne. Komm mir sofortiger. Ja. Also ich habe auch grad für den geultet, ne. Ich hab schon reingedrückt. Okay. Und wir waren zu zweit. Level 20. Dann macht das mehr Damage gegen... Ja, okay. Ich mach True Damage, aber das kann es nicht sein. Hm. Penetration. Oh, oder wir holen uns das. Warte. Warte. Wie viel Power kriegt er? 599. Krass. Okay. Aber. Bessere Plastik. Ja. Das machen wir. Das machen wir. Oh, ne. Wir machen das nicht. Zuerst mal das. Dann machen wir uns das. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ich brauch auf jeden Fall noch... Warte. Ich brauch auf jeden Fall noch... Ah, jetzt habe ich genug für Berserkers, Pfeil. Ja, er sucht und jetzt durchkommt, Pfeil, Pfeil, Pfeil. Pfeil, 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 Pfeil. Pfeil, 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 Pfeil Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch von Herzen!